Moinsen Leute hier aus Münster von den Asi-Terrassen. Hier findet am 1. September wieder Promikelnern statt. Und wenn ihr euch mal schön bespaßen und bekellnern lassen wollt von Promis aus der Serie Welsberg, dann kommt ihr dahin. Mensch, ich wollte auch noch mit drauf. Ja, guck mal, das ist gleich groß. Aber jetzt weiß keiner, wer sie sind, ne? Das heißt, dass die WDL ist im Vorjahr. Ja, guck, kennt ihr den? Ja, wer ist denn das? 1, 2, 3, keiner weiß es. Sie ist ein Reptil, gell? Bei Welsberg, Kommissar aus Bielefeld. Die Welsberg All-Star Band 2023. Ich bin den Jenstad, bitteschön. Das haben wir gleich. Was? Ach so, ja, ich denke, die Leute, die meisten werden wissen, die sind ja deswegen auch hier. Schreibt mal, wer das sein könnte. Da ist ein YouTube-Kanal, ne? Ach so, verstehe. Ja, von klein an. Und wie heißt der? Hammerweich. Hammerweich. Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Aber du, wir haben in der Sonnenzeit, in der ersten Stunde so viel Geld gemacht. Die Gäste, die waren der Hammer. Die haben überhaupt kein Rückgeld verharren wollen. Die haben alles gespendet. Das ist cool. Wir waren echt zufrieden. Kaufen sie für 3,50 Euro ein Getränk. Die zahlen den Fünfer. Oder kaufen zwei Getränke, die zahlen den Zehner. Der Rest bleibt in der Kasse. Alles für die kratzkranken Kinder. Ja, das läuft. So soll es sein. Der braucht kein Edelstein, braucht kein Kronen. Kommt Königreich, braucht kein Video. Also, jetzt wisst ihr das wahrscheinlich schon, ne? Leonard Lansig, Hilsberg, ganz bekannt. Ich habe auch schon einen Tag gesehen. Ja, wo ist es lange her? Ja, mit Götz-George damals. Ja, ja, ja. Ja. Jo, komm, bleib hier. Das bringt doch nichts. Ey, mein Taschentuch! Was hat er denn? Ich bin einfach nicht fertig. Er war es nicht. Der Q-Diner von den beiden Gangsters sein könnte. Jetzt wäre es schwierig. Hm. Wahrscheinlich nur noch als Avatar. Ja, oder so. Ja, jetzt kennt man da, oder? Genau. Den Drechshahn. Ja. Stefan Aschke. Ich bedanke mich. Bitte. Gerne. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Oh, aber coole Party mit den Zwillingen. Das braucht der Mensch. Also Frage 1 war ja, seit wie vielen Jahren ist Leonard Lansig Schirmherder Krebsberatungssteller? 18 Jahre? 20 sag ich gerade. 20. Also die ersten zwei Jahre, da gab es auch keinen Promi-Kellnern, glaube ich. Aber danach habe ich angefangen zu zählen. Also 20 Jahre. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Genau. 20 Jahre, die richtige Antwort. Ist das bestätigt vom Quizmaster quasi? Das ist bestätigt, obwohl ich hätte die Antwort nicht gewusst. Ich auch nicht. Ich musste echt nachrechnen. Ja, ich habe mir die auch also vorsagen lassen, weil ich habe ja keinen Fernseher und von daher kriege ich sowas immer nur am Rande mit. Ich weiß nur, dass ich vorher, vor 20 Jahren, also hat schon die Krimis von Tim Kera gelesen habe und Wilsberg die Figur mich einfach fasziniert hat. Und zwei, drei habe ich dann auch nochmal sehen können. So, nämlich. So soll es sein. Schafante Musik. Selfie 2.0. Thema Umsatzkönig. Seid ihr da scharf drauf? Also da bin ich jetzt schon raus, weil ich habe schon immer wieder da vorne in den gemeinsamen Pott geschmissen und Leonard hat bei mir reingeschmissen. Ist dann schon mal ganz außer Konkurrenz. Also das ist schon alles durcheinander geworfen worden. Danke. Mir ist das auch relativ egal, ehrlich gesagt. Ich hoffe natürlich viel einzunehmen, aber ob ich jetzt das Meiste habe, finde ich nicht so wichtig. Endlich wieder arbeiten. Regen ist vorbei. Regen ist vorbei. Jetzt haben wir wieder richtig zu. Jetzt wollen wir richtig was raus. Die Sonne kommt wieder. Ich schwenke mal da oben auf die Baumwipfel. Ja, ist herrlich. Die Baumwipfel, die sagen, die Sonne kommt jetzt zurück. Und wenn es donnert, kracht und blitzt mit dir, dann wird der Himmel immer wieder blau. Denn du hast einen guten Plan, du weißt das ganz genau. So was. Das hier steht, wenn das Professor kein Beispiel geworden ist, Ich empfinde Poll hearing... ...eine Nachricht. So bis zu maximum. Der ein beswasser war. Oh my. Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020